Der Nowak ist so'n ganz Lieber, so'n richtiger Frauenversteher. Aber manchmal, da träum ich von was ganz anderem. Ein Neandertaler, ein Neandertaler, den ich kämmen kann auf seinem Schulterblatt. Er malt Höhlenbilder ohne jeden Ismus, ohne Schnorchel holt er Fische aus dem See. Gegen den sind mir die anderen Männer schnurz. Die sind mickrig, die sind schmächtig, nee, so'n strammt, hart sein möchte ich. Jeden Dienstag wasch ich in den Ländenschutz. Ach, wie mich das aufregt, ach, wie mich das aufregt, ach, ich kann's nicht sehen, wenn wo was steht. Ich muss es haben, 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 haben. Er kann allein mein Seelenleben deuten, er kann auch sonst noch allerhand. Aber einmal im Jahr fahr' ich nach Norderney, das dreig ich dann von meinem Postament. Dann denk' ich, wenn ich auf dem Barstuhl sitze. Oh, was bin ich für'n verdorbenes Ding. Aber was für'n Ticker ist ein Politiker, eines Tages gibt's den sicherlich nicht mehr. Aber was für'n Ticker ist ein Politiker, eines Tages gibt's den sicherlich nicht mehr. Jeder Bursch und sein Mädchen mit einem Fräspaketchen sitzen heute im grünen Knie. Schatz, ich hab' ne Idee. Gehen wir taubenvergiften im Park, wenn mich hier jemand fragen sollte. Von den Damen oder Herren, wie ich eine Torte mache, müsste ich das wie folgt erklären.